Puh, sieht so aus, als hätten wir es irgendwie geschafft. Kallas, wir haben sie gerockt. Du warst schuld, dass Celia einmal draufgegangen ist. Ansonsten haben wir sie total vernichtend platt gemacht. Dieses Monster war wirklich nicht zu unterschätzen. Ich hatte wirklich Bedenken, ob wir diesen Kampf gewinnen können. Ich hab's was komplett anderes gelesen. Da steckt ein Schwert drin. Wow, wie praktisch. Sieht so aus. Los, Kallas, schnapp es dir! Was, warum ich? Ich erhole es doch selber. Äh, das wird sicher nicht funktionieren. Wieso nicht? Hast du nie von der Legende von Soul Calibur gehört? Jetzt sei ein Heldtruck ein wenig zur Dramatik bei und hol dir das verdammte Ding. Was ist das, Soul Calibur? Ich kenn mich mit der Geschichte irgendwie überhaupt nicht aus. Wenn's da überhaupt ne Story gibt, zu. Schon gut. Luna, für Kallas erhalten. Also gut, Luna, das geklärt ist, können wir ja weitergehen. Moment, da wäre noch eine Sache. Äh, was jetzt noch, Nami? Woher kann sie die große Welle Envy? Sie ist keine Angehörige des Göttervolkes und auch keines der Kinder. Das würde ich spüren. Darauf willst du doch hinaus, oder? Na sag ich doch, es ist die Tochter von Levinin. Dann ist sie nicht wirklich ein Angehöriger des Göttervolkes, wenn man's so nimmt. Allerdings, aber wenn sie weder Angehörige noch Kind ist, woher kennt sie dann die große Welle? Das ergibt keinen Sinn. Diese Frau habe ich zum ersten Mal gesehen. Ich kannte sie nicht. Ja, 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 ja. Na klar doch. Aber sicher. Lüge uns hier noch ein bisschen die Hucke voll. Tatsächlich nicht. Sie kannte aber offensichtlich dich. Erklär mir das. Ich kannte sie wirklich nicht. Bitte, Carina. Also ehrlich gesagt finde ich das auch mehr als merkwürdig, aber die ganze Unterhaltung führt doch zu nichts. Also anstatt hier unsere Zeit zu verschwenden, sollten wir lieber endlich aufbrechen. Danke. Ich sagte nicht, dass ich dir glaube. Und überhaupt, wieso musst du die ganze Zeit an meinem Ruppzipfel hängen? Ja, toll, Carina. Du hast es geschafft. So, ich geh doch mal ganz stark davon aus. Ja? Dann sollten wir doch jetzt in der Lage sein, durch diese Tür zu gelangen. Ha, was für eine geile Überleitung. Hier ist etwas eingraviert. Nur die Macht des Schwertes strahlender als Gold. Des Stabes gleichnamig seiner Besitzerin, des Bogens, dessen Pfeile tödlicher sind als die Kugeln der Jägerin und des Stockes. Mächtiger als die Magie der Energie. Vereint, können diese Tore öffnen. Und wie ich immer so gern sage, Knäckebrot öffne dich. Na dann. Ähm. Moment, wir hatten das ja schon ein paar Mal, ne? Es ist keine sonderlich gute Idee, in den Energiestrom der Erde hinabzusteigen. Leute, nur zur Info. Aber hey, klar, macht nur. Puh. Ist das nicht der Energiestrom, der er... Ach, du schade. Trennt! Ja, das ist der Energiestrom. Zitterst du, Celia? Bist du ein kleines Mädchen? Hast du etwa Angst? Hä? 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 Weinst du uns jetzt die Ohren voll? Ohääh. Willkommen, Mobbing Colors. Ist das nicht verständlich? Immerhin bin ich da schon drin herumgeschwommen. Ja, wir irgendwie auch. Einmal unfreiwillig und einmal total unfreiwillig. Kleines Menschenmädchen, du bist also zurückgekehrt. Ich nehme an, es ist, äh, es ist Naga und nicht der Wächter. Ach, du grüne Neune, diese Stimme. Es ist doch der Wächter. Da ist der. Ich würde diese Stimme immer wieder erkennen. Es ist der Wächter. Er hat seine Lektion immer noch nicht gelernt. Ne, es ist doch Naga, okay. Naga! Das, was du in den Kreislauf lenktest, kehrte zurück. Unser Pakt ist nichtig. Schön, wie hier Pakt geschrieben ist. Also, was willst du hier? Das ist hier... Unser Paket ist nichtig. Kannst du wieder mitnehmen. Selbst das wird nur mit einem K geschrieben. Naja, eigentlich sind wir ja zufällig hier gelandet, weißt du? Ja, wir haben eine Tür gefunden, haben mir gedacht, muss ich aufmachen und dann... Verstehe, dann werde ich diesen Ort wieder verlassen. Und tschüss. Warte, 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 warte. Wenn wir schon mal die Möglichkeit haben, direkt mit dir zu sprechen, möchte ich dich gerne etwas fragen. Kleiner Fleischklumpen. Es ist nicht meine Aufgabe, deine Neugierde zu befriedigen. Fleischklumpen? Wieso nennst du mich so? Ich heiß Kalas. Als ob mich das interessieren würde. Die Menschen dieser Welt sind für mich nicht mehr als wandelnde Fleischklumpen. Ja, ja, er hat vom Meister Hacker 47 genannt. Äh, Hacker. Nicht Hacker, natürlich. Aber dennoch paktierst du mit den Menschen oder den Fleischklumpen, wie du sie nennst. Du ermöglichst ihnen den Einsatz des Erdbearnes. Warum? Das braucht für dich nicht von Bedeutung zu sein. Vielleicht einfach, weil es mir Spaß macht. Das ist nicht schwer zu erraten. Überleg mal, Kalas. Mit jedem Pakt wird ein Wesen in den Energiestrom gerissen und seine Lebensenergie geht früher oder später darin über. Das bedeutet, mit jedem Erdbearn wird Naga mächtiger. Mächtig genug, um jedes lebende Wesen mit dem Erdbearn gefangen zu halten? Clevenin zum Beispiel? Was? Hast du etwa vor, die Göttin mit dem Erdbearn zaubern mit Energiestrom gefangen zu halten? Wie kommst du aus so einen verdammten Blödsinn? Naja, wenn etwas schief gehen sollte und die Göttin aus ihrem derzeitigen Siegel entkommen sollte, ist das vielleicht unsere einzige Wirklichkeit. Diese Welt inklusive des Erdstroms und Nagas Bewusstsein sowie dem Erdbearnzauber sind alles direkte oder indirekte Schöpfer in der Göttin. Wie soll etwas, das von ihr geschaffen worden ist, mächtiger sein als sie selbst? Es ist möglich, solange du den Preis bezahlst, kleines Menschlein. Stell meine Macht nicht in Frage. Was? Aber wie? Seit Levenin von der Oberfläche verschwunden ist, entstand neues Leben in dieser Welt und somit auch neue Energie. Genug Energie, um den Erdbearn gegen sie anzuwenden. Jedoch wird der Preis... Halt, Moment mal, ich lasse nicht zu, dass jemand seine Seele opfert. Ich war schon mal dort unten, Leute, und es ist grässlich. Es muss einen anderen Weg geben. Sie spielen dort die ganze Zeit Schlager. Es war einfach nur die reinste Tortur. Eure Seelen sind kein Akzept... Bla, 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 bla. Preis. Was, aber... Kleines Menschlein, der Erdbearn ist wie ein Vertrag mit mir. Ich stelle die Bedingungen. Ich bin der Monopolist unter den Erdbearnlern. Was ist dann der Preis? Kennt ihr die Straße des Sternenlichts? Nein, was ist das denn? Die Straße des Sternenlichts verbindet verschiedene Realitäten und Zeiten miteinander. Was? Weitere Erklärungen würden über euren Verstand übersteigen und euer Kopf würde explodieren. Über diese Straße sind drei Wesen in diese Welt gelangt, die hier nicht hingehören. Ihre Macht ist ungleich größer allen lebenden Wesen dieser Welt. Sie sind der Preis. Vernichtet sie und eure Schuld wird beglichen werden. Äh, ungleich... Ihre Macht ist ungleich größer als allen lebenden Wesen dieser Welt. Okay, ja, klar, man... Ja, vernichten wir sie. Sicher. Oh, Mann. Und diese drei Wesen, wo befinden sie sich jetzt? Dort unten. Ihr müsst einfach nur hineinspringen. Wiii! Sie haben es tatsächlich getan, was für Idioten. Was, im Energiestrom? Warum? Ihre bloße Anwesenheit hat die Balance dieser Welt gestört. Deshalb habe ich sie in eine Art Käfig innerhalb des Energiestroms gesperrt. Jedoch, solange sie dort unten gefangen gehalten werden, wird zu viel Energie des Stroms in Anspruch genommen, als das noch ein Wesen wie die Göttin gewandt werden könnte. Du verlangst also von uns in den Energiestrom zu steigen und drei überausmöchtige Kreaturen zu erledigen, die uns das Haus hoch überlegen sind? Das wäre reiner Selbstmord! Natürlich wäre es das, Silvia. Äh, Carina. Hast du nicht noch behauptet, kein Monster dieser Welt kann das mit ihr auch nehmen? Sie kommen von anderen Welt. Das ist mein Angebot. Überlegt es euch gut. Tretet nicht erneut vor mich, wenn ihr nicht eure Entscheidung getroffen habt. Das ist doch Wahnsinn! Wahnsinn? Nein, Carina. Das ist Naga! Schlechter Witz. In den Energiestrom zu steigen, drei Wesen, die selbst von Naga als mächtig bezeichnet werden, besiegen, lebend wieder hochkommen und das alles nur, damit ein Zauber theoretisch funktioniert, den wir nicht mal sehr sicher brauchen werden? Silvia, du kannst den Erdband anwenden, nicht wahr? Der Spruch ist immer gleich und passt sich nur an den Preis an, deshalb, ja, ich könnte ihn theoretisch auch auf eine Göttin anwenden. Haha, das wäre schon witzig. Allerdings gefällt mir der Gedanke nicht, sie ist immer eine Göttin. Wenn sie auferstehen sollte, glaube ich nicht, dass sie sich eben einfach so still hinstellen würde, bis ich den Band fertig aufgesagt habe. Das dauert immer seine Zeit, weißt du? Trotzdem, wir wissen nicht, was uns in Ciel alles erwarten wird. Wir sollten so viele Asse, Asse, Besse, ist das wirklich, ist wirklich die Mehrzahl davon? Ich glaube, es sind Asse, wie möglich im Ärmel packen. Sollte es hart auf hart kommen, wird dies vielleicht unsere einzige Möglichkeit sein, eine Katastrophe abzuwenden. Hey, bei dir sind doch sämtliche Sicherungen durchgebrannt. Dir ist schon klar, dass es sich hierbei nicht um einen Spaziergang durch eine Wüste oder ein Gebirge handelt, sondern um eine Reise in den Energiestrom. Ein Tropfen davon kann uns alle auflösen und mit sich reisen. Reisen? Mit sich reisen! Das ist nämlich eine große Reise. Ja. Außerdem sollen wir da gegen drei Kreaturen aus einer anderen Dimension kämpfen. Wir haben absolut keine Ahnung, was uns genau erwarten wird. Ja, ist doch super, so wie immer. Dann sollt man ja besser gut vorbereitet sein, wenn wir das durchziehen wollen. Ich glaube, besser vorbereitet als derzeit kann ich jetzt auch nicht mehr sein. Das heißt, ich werde wohl jetzt gleich demnächst in den Energiesprung springen. Huiiii! Tschüss!